Beruflich ganz wichtig ist, und das haben alle schon mal gehört, aber ich würde es begründen, sich die besten Leute auszusuchen, mit denen man zusammenarbeitet. Die besten Leute. Vom Fit her, und Fit heißt nicht, dass ich genauso ticke wie du, sondern dass man komplementär ist, auch vom Charakter vielleicht, gar nicht mal nur thematisch, und sich die Ruhe nimmt und die Zeit nimmt. Ich rede ganz langsam, weil Ruhe nehmen dafür, um diese Weichen zu stellen, weil die Leute begleiten einen, das sind auch Investoren oder Business Angels, und sich die genauer anschaut und sagt, wer passt eigentlich wirklich zu mir, statt das zu schnell zu entscheiden. Ich war da auch in der einen oder anderen Situation auch zu ungeduldig vielleicht und habe zu schnell Entscheidungen getroffen, und das hat dann mitunter lange gedauert, um es zu korrigieren.